JOS GmbH Ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen in Raleufzell am Bodensee. Seit nunmehr 25 Jahren führen wir die Aufträge unserer Kunden innovativ und vorausschauend aus. Mit dem zur Verfügung stehenden Budget unserer Kunden und Bauherren gehen wir sorgsam und verantwortungsvoll um. Das grösste Kapital unseres Betriebes sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit über 40 motivierten Angestellten steht Ihnen die JOS GmbH mit ihrem gesamten Leistungsspektrum bei der Ausführung Ihres Bauvorhabens kompetent zur Seite. In den Bereichen Abbruch, Erd- und Entwässerungsarbeiten sind wir zu Hause. Musik Starker Partner sind wir auch im Bereich Verbauarbeiten und Baumaschinentransporte. Musik Unser moderner Maschinenpark umfasst verschiedenste Baugeräte und Nutzfahrzeuge. Musik 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 Durch fortlaufende Investitionen in den Fuhr- und Gerätepark sind wir für Sie flexibel und fortschrittlich. Musik Musik Die Planung und Ausführung von Aufträgen, die Logistik und Entsorgung sowie die Abrechnung und Buchhaltung erfolgen bei uns im eigenen Haus. Musik 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 Auch in der Zukunft folgen wir unserem Motto, erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch. Musik 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 Musik